So, ähm, als nächstes... Ähm, Knospi. Ah, das war da vorne. Knospi, Knospi. Knospi, Knospi. Das war dieses kleine Teil, was hier... Nein, das ist Gras. Es ist leicht verwechselbar mit Gras. Es ist halt so klein. Wo ist es denn jetzt? Warte. Hier hat es doch eben rumgehöpft, oder nicht? Nein, das war das Teil. Das brauchen wir auch noch. Was? Oh, hallo. Oh. Hi. Äh, selbst wenn wir richtig niedlich bist du in den roten Wagen. Hast uns, Freunde, so... Oh, so richtig niedlich. Mach das noch ein, und ich werde das auch. Hey, wo ist das Knospi? Knospi. Wir brauchen auch noch ein Feuerregel. Ich weiß, es chillt hier. Leitgekommen, der will Fang spielen, glaube ich. Ja. Was? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will mit dir Fang spielen. Ähm, möchtest du mit mir Fang spielen? Ja. Den, den... Lucario, weg da. Ich sag doch, weg da. Oh, wie süß langsam das Teil ist. Wusch. Äh, 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 äh. Du bist echt gut. Lass uns Freunde sein. Jetzt fehlt nur noch Knospi, oder? Jo. Obwohl, es waren vier, sagtest. Ne, Bluebella haben wir. Tschüss. Ach ja, ich liebe sie. Moment. Da. Das ist so klein. Oh. Magst du mein Freund sein? Ja. Trotzdem will ich mit dem nicht so spielen. So, ich glaub, jetzt haben wir alle normalen Pokémon, oder? Ja. Jetzt fehlen die... Legendären. 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 Wollen wir uns ein Schämen? Das ist ein legendäres. Ja, ja. Okay, denn, äh, ich würd sagen, gehen wir der Reihe nach. Mit den Minispielen. Auf in die Grünzone. Auf in die Grünzone. Jetzt holen wir uns die legendären Pokémon. Grünzone. Auf geht die Post. Hui. Ich hab ja schon vor Arbeit geleistet, hm? Also so ein bisschen... Nicht nur du. Ich nicht? Okay. Nein. Oh, Pikachu ist so niedlich. Nur in diesem Game. Nicht in Mystery Dungeon. Doch, auch in Mystery Dungeon. Nein. Aber in Mystery Dungeon. Wolltest du es nur nicht zugeben? Nein, ist es nicht. Ah, ah. Nein. Nein. Nein, warte mal, hier geht's... Was? Äh, wo lang? Ähm. Wo willst du denn jetzt hin? Zu dieser Floor. Falsch. Du musst über die Brücke. Ach ja, ich muss über die Brücke. Das wusste ich. Ich lenke dich zu sehr ab. Tu es doch. Ich meine, du sitzt hier auf meinem Schoß. Das ist eine Menge Ablenkung. Und aus dem küsst du mich andauernd. Das ist sehr viel Ablenkung. Oh nein. Oh nein. Ja. Natürlich. So. Durch das Tor. Jo. Das macht mir auch Spaß. Ja, dir. Ich kann mich nicht auf Spiel konzentrieren. Ja, natürlich. Versau die tolle Einstellung vom HZ. Willkommen, mein Freund. Oh nein. Ja, ich will endlich wieder Geld ausgeben. Äh, Bären. So. Da kriegen wir Girardi. Also haben wir, 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 haben wir. Haben wir noch nicht. Hä? Wieso haben wir Manky noch nicht? Ah, du hast, du hast die Bonusleistung nicht geknackt. Oh, fehl. Na egal, dann mach ich das eben. Wenn ich dich nicht zählte auflenke. Ach, wie das hat, chillt. Und wusch. Ja, geschafft. Okay. Manky, Manky. 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 Wie sind denn der Topik für viele Bären dazu? Oh Gott. Was? Anderes. Ja, ich will ein anderes. Geschafft, geschafft, geschafft. Hä? Achso, weil wir den einen noch aus Konto haben. Also. Panferno. Hm. Was ist die Bären? Ich hab' nicht. Schneide. Wehe, ich vergesse das rauszuschneiden. Wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht, das wäre Epic Fail. Na, endlich. Äh, ich meine, ja, wir haben's beim ersten Mal geschafft. Nein. Ich hab' nicht. Au. Au. Ja, natürlich. Du bist so doos. Schmus mit den Beinen. Ey, weg von mir. Au. 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 Wusch. Ey, wie das abgeht. Hmm. Au. 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 Und gepackt. Somit haben wir Jirachi freigeschaltet. Au. 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 hätten wir das erste legendäre Pokémon dem 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 weiter in die nächste Zone er ist aber ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren durch so eine Kuschel ist das ist mein Problem die ja ist es vor allem weil es hätte sich ja viel zu nah glaube ich an mir dran ist ja so soll es gehen nicht mal beim Let's Play kannst du die Finger von mir lassen ey boah weißt was ich kaufe dir ein Eis wenn du mich jetzt in Ruhe lässt scheiße auf in die Strandzone überspringen ja geh weg irgendwie schon gerade oh ich spür meine Beine wieder oh sie ist weg ich spür meine Beine wieder oh Gott das tut gut so willkommen ja du kriegst ja 10 Bären ja ist alles okay oh es ist so schön Beine wieder zu spüren ey Mensch so warte ach ja müssen wir nicht ja nur noch Starrer wir ach den wollen wir mal hoffentlich kann ich es noch so 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 viel einfacher als mit Pikachu äh so 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 da sind wir eh nicht reingekommen ich weiß gar nicht mal wie viel brauchen aber ich mach einfach mal Punkte so come on man so 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 ich glaub wir haben 12.000 gebrochen oder ja dann haben wir schon mal gebrochen so ach 13.000 ach hab ich auch gebrochen so Bären und Latias haben wir freigeschaltet so auf zum nächsten legendären Pokémon Pokémon den 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 so komm bitte wieder ach ähm wieso ich das die Spiele mit den legendären Pokémon nicht mache ist ganz einfach ähm weil du wirklich alles perfekt haben musst um mit einem legendären Pokémon zu gewinnen heißt ich müsste mit Latias jeden Ring einsammeln nur dass es wirst das heißt ich mache die Spiele nicht so mit denen ja ok bist du bereit ja richtige Einstellung hier entlang ja ok los haben wir haben wir ach ja Empolion hat gefehlt Empolion ist cool oh yeah mal gucken wie er abgeht wow der geht wirklich ab ey der geht ab und wie der abgeht wow 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 heilige Scheiße ey boah das war heftig mannafi freigeschaltet nur ist es wisst mit mannafi hätte ich 18 Sekunden glaube ich äh machen müssen um das zu packen und deshalb ich wollte es nur verdeutlicht haben wie krass das ist tandang kommt bald wieder gerne und Trifth Zepri ist hinten aufzutrifft Tourtag Entschuldigung mein Fehler ich bring dich hin wo soll's gehen jetzt geht's in die Eiszone abgeht die Post Hui die die Spiele waren hier bei ja einmal Empolion halt und das andere war bei oder gab's hier nur ein Spiel nein bei Empolion und äh ne ist wirklich es gibt nur bei Empolion das Spiel hier wow bam Empolion äh Lektion gelernt was immer Freunde Vertrauen Spaß bla 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 Pistenarzt macht 10 Bären kein Ding auf geht's bitte hier entlang okay alles gar kein Problem hier schalten wir's Zwickau ähm äh 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 Morlod Apotow gelaufen okay fangen wir mit Morlod an dem 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 Morlod gib alles ich glaub an dich woosh 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 bam boom ich kann mir ja driften das ist cool okay scheiße versaut scheiße versaut soo gehen da versaut ähm so 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 habs habs durch 5 Sekunden 5 Sekunden äh das ist gut ja Morlod kann stolz auf dich sein jetzt noch Botogel 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 da Botogel wie süß hat das denn aus oh das war niedlich Botogel mal gucken wie der macht ja Weihnachtsmann back to the action Back to the action push yeah BOOSTER 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 DRIFT BOOSTER BOOSTER DRIFT Kein Booster! 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 Drift! Booster! Drift! Kein Booster! Ich hab den Klinkel! Oh Gott, jetzt tut das mal schlecht! Booster! 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 Komm schon, das pack ich noch! Ja, pack ich noch! 4 oder 3 Sekunden lieber! Booster! Booster! Moment mal, was? Hä?